Hey Moonlight, ich würde dich sehr gerne bei dem Telekom Mario Kart 8 Cup unterstützen. Meine Waffe dabei wäre natürlich das Wii U Gamepad. Ich selber hatte ein SNES, ein N64, eine Gamecube und eine Wii U. Ich kenne das Spiel und ich würde klar mal sagen, ich kann es auch tatsächlich ein bisschen. Und würde mich sehr darüber freuen, falls du mich wählen würdest. Wäre echt super. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht bis zur Gamescom.